Das letzte Video zum Bundestrend von mir stammt noch aus dem letzten Jahr und so ist es höchste Zeit mal wieder ein neues Video dazu zu machen und voilà, hier ist es. Schauen wir uns mal an, wie die Umfragewerte denn zuletzt aussahen. Auf dieser Folie könnt ihr die neuesten Umfrageergebnisse sehen. Stand der Dinge ist der vergangene Sonntag, also der 28. Februar und ihr seht jeweils hier die aktuellen Umfrageergebnisse von einigen Meinungsforschungsinstituten ab dem 14. Februar. Das war mein Zeitraum, den ich hier für dieses Video vorgegeben habe. Also 14. bis 28. Februar. Wenn wir schauen, wer liegt ganz vorne, dann heißt und lautet die Antwort ganz klar Union. Die Union ist bei jedem Umfrageergebnis immer klar vorne. Die Grünen sind immer auf dem zweiten Rang und man kann sehen, dass der Vorsprung der Union doch sehr deutlich ist. Also da brennt aktuell und da wird auch in Richtung Bundestagswahl wohl nichts mehr anbrennen für die Union und sie wird wohl auch wieder stärkste Kraft werden. Aber man muss trotzdem sagen, die Werte 33 bis 37 Prozent, die zeigen, dass die Union zuletzt an Zustimmung verloren hat. Die Union hatte nämlich im letzten Jahr durch ihre Corona-Politik, durch den ersten Lockdown, durch ihr Verhalten an Zustimmung deutlich hinzugewonnen. Sie hatte zeitweise bei dem einen oder anderen Meinungsforschungsinstitut sogar 40 Prozent gehabt, aber sukzessive ging es jetzt zuletzt immer ein bisschen zurück und die Union liegt jetzt bei 33 bis 37 Prozent. Mit diesen Werten liegt sie aber noch über den Werten, die sie vor der Corona-Pandemie hatte und vor allen Dingen liegt sie damit auch immer noch über dem Ergebnis von der Bundestagswahl 2017 und an der Union führt beim Wahlsieg kein Weg vorbei. Das muss man jetzt schon ganz klar sagen. Dahinter, ich habe es eben schon erwähnt, liegen die Grünen. Die Grünen werden auf jeden Fall massive Zugewinne erfahren, wenn sich jetzt nicht noch irgendetwas großartig ändern sollte. Bei der letzten Bundestagswahl ist sie mit 8,9 Prozent die schwächste Partei geworden, die es in den Bundestag geschafft hat, wenn wir mal von der CSU absehen, die ja nur in Bayern antritt. Und die Grünen liegen aktuell bei 17 im schlechtesten Fall und 20 Prozent im besten Fall und sie könnten das erste Mal in der Geschichte es schaffen, stärker zu werden als die SPD und zum ersten Mal in der Geschichte bei einer Bundestagswahl auch den zweiten Rang erzielen. Also die Grünen sind auf einem guten Weg, ein historisch gutes Ergebnis einzufahren. Die Grünen werden auch einen Kanzlerkandidaten bekannt geben. Soweit ich das gehört habe, soll das so gegen Pfingsten passieren. Das ist ja auch der Zeitpunkt, an dem die Union ihren Kanzlerkandidaten dann final angeben möchte. Hinter Union und Grünen sehen wir aktuell ganz klar auf dem dritten Rang liegen die SPD. Sie kommt fast durchgängig auf 16 Prozent. Es gibt einzelne Ausnahmen, wie hier bei Allensbach 15 Prozent oder bei GMS beziehungsweise GMS 17 Prozent. Was wir aber sagen können ist, dass die SPD unter ihrem Ergebnis von 2017 liegt und mit klaren Verlusten auch rechnen muss. Die SPD hat trotz ihrer Situation auf dem dritten Rang schon einen Kanzlerkandidaten bestimmt. Und zwar ist das Olaf Scholz, der aktuelle Finanzminister und Vizekanzler. Aber es ist aktuell wahrscheinlicher, dass die SPD nicht die stärkste Partei in diesem Mittellinkslager, bestehend aus linke SPD und grüne, werden wird. Und das wäre auch eine Premiere bei einer Bundestagswahl. Hinter der SPD sehen wir auf dem vierten Rang die AfD, die je nach Umfrageergebnis mal im zweistelligen Bereich und mal im einstelligen Bereich liegt. Momentan haben wir hier fünf Umfrageergebnisse im zweistelligen und vier im einstelligen Bereich. Also so etwa um 10 Prozent liegt die AfD. Im schlechtesten Fall hat sie 8 Prozent bei Forsa. Im besten Fall kommt sie bei einigen Meinungsforschungsinstituten auf 11 Prozent. Was man aber sagen kann ist, dass die AfD aktuell unter ihrem Wert von 2017 liegt und auch mit Verlusten rechnen muss. Dahinter liefern sich Linke und FDP ein durchaus enges Rennen. Die Linke liegt jetzt bei Kanta jüngst sogar vor der FDP. Ansonsten ist es so, dass bei den Umfrageergebnissen die Linke nie stärker ist als die FDP. Maximal war es immer nur ein Gleichstand. Und wir sehen ja einige Umfrageergebnisse sehen einen Unentschieden in diesem Fall zwischen Linke und FDP. Also es wird da ein durchaus enges Rennen. Aber was man sagen kann ist, dass die FDP zumindest jüngst stabilere Umfrageergebnisse bekommen hat. Wenn ihr euch zurückerinnert, wenn ihr das Video zum Bundestrend gesehen habt, das letzte nämlich, dann war das so, dass ich auch mal den Fall durchgespielt habe, was wäre, wenn die FDP es nicht schaffen würde in dem Bundestag. Von diesem Szenario sind wir jetzt aktuell noch ziemlich weit entfernt. Und deswegen werden wir nachher bei der Sitzverteilung und Koalitionsbetrachtung auch nicht mehr diesen Fall durchspielen. Die Linke, die kommt auf sieben bis acht Prozent im Regelfall. Die neun Prozent bei Kanta sind eine Ausnahme. Und wir müssen davon ausgehen, oder man muss klar festhalten, die Linke muss auch mit Verlusten im Vergleich zu 2017 rechnen. Das gleiche liegt aber auch bei der FDP vor. Bei den sonstigen Parteien sieht man unterschiedliche Werte, aber es ist so, dass keine der sonstigen Parteien so stark zu sein scheint, oder so stark ist, dass sie den Sprung ins Parlament schaffen wird. Wenn wir diese Umfrageergebnisse nehmen und den Mittelwert bilden und mal vergleichen mit dem Ergebnis von 2017, dann können wir sehen, dass bei den Gewinnen und Verlusten ganz klar ein großer Gewinner zu sehen ist. Das sind die Grünen mit plus 9,8 Prozentpunkten aktuell. Also die Grünen werden auch aller Voraussicht nach den größten Zugewinner fahren bei der Bundestagswahl und die strahlenden Sieger werden. Die Union, die liegt noch im positiven Bereich, plus 1,6 Prozentpunkte sind es aktuell. Der Balken war schon mal größer gewesen zuletzt, aber es sind noch Gewinne, die wir sehen können bei der Union. Die sonstigen liegen bei plus 0,8 Prozentpunkte und ansonsten sehen wir hier vier Parteien im Minusbereich, vier Verlierer. Angefangen bei der Linken mit minus 1,8 Prozentpunkten geht das Ganze bis zu den minus 4,6 Prozentpunkten bei der SPD. Das Wichtige am Ende des Tages sind natürlich die Mandate, die die Parteien holen und die daraus resultierenden Koalitionsoptionen. Also schauen wir mal an, wie das Ganze mit diesen Schnittwerten aussieht. Im Bundestag gibt es ja regulär ohne Überhang- und Ausgleichsmandate 598 Sitze. Natürlich wird es Überhang- und Ausgleichsmandate geben, aber ich rechne mal mit dieser Normzahl von 598. Demzufolge braucht man 300 für die absolute Mehrheit. Die Linke kommt mit dem aktuellen Schnittwert auf 46 Mandate. Die SPD auf 101, die Grünen auf 119, die FDP kommt auf 50 Sitze, die Union stellt nach wie vor die größte Fraktion mit 219 Abgeordneten und die AfD zieht mit 63 Abgeordneten in den Deutschen Bundestag ein. Wenn wir jetzt auf die Koalitionsoptionen blicken, ist das relativ schnell erzählt, denn ohne die Union geht realistisch gesehen zumindest nichts. Die Union kann sich tatsächlich aussuchen, ob sie mit der SPD oder mit den Grünen regieren möchte. Mit der SPD hat man zusammen eine absolute Mehrheit, die auch aktuell klar ist. Das war ja zeitweise in dieser Legislaturperiode nicht der Fall. Da hatte man nämlich mal die absolute Mehrheit nicht gehabt. Und die Union könnte aber auch mit den Grünen zusammengehen und da wäre die absolute Mehrheit sogar noch größer. Ansonsten sehen wir, geht nichts. Das heißt, ohne die Union gibt es kein Bündnis, das eine absolute Mehrheit hätte. Linke, SPD und Grüne kommen auf 266 Mandate. Das ist ein gutes Stück entfernt von den 300, die man mindestens bräuchte. Und die Ampelkoalition SPD, Grüne und FDP kommt auf ein paar mehr Sitze, nämlich auf 270. Aber das ist auch noch Meilen entfernt von den 300, die man ja bräuchte für die absolute Mehrheit. Also mindestens 300, die man ja für die absolute Mehrheit bräuchte. Insofern also ist die Union momentan in einer sehr komfortablen und guten Situation, denn ohne sie kann man keine Regierung bilden. Sie ist ganz klar auf dem ersten Rang. Das heißt, sie wird auch dann nach der Wahl den Kanzler stellen. Ob das jetzt ein Armin Laschet oder ein Markus Söder sein wird, das werden wir noch sehen. Aber die Union ist aktuell in einer sehr guten Position. Und so stellt sich aktuell nicht die Frage, ob die Union oder eine andere Fraktion den Kanzler stellen wird, sondern vielmehr stellt sich die Frage, mit wem geht die Union eigentlich eine Koalition ein? Mit der SPD oder mit den Grünen? Es gibt ja nicht wenige, die sagen, dass es die Grünen sein werden. Warten wir es mal ab. Noch ist ein bisschen Zeit bis zur Bundestagswahl. Aber Union und Grüne würden auf jeden Fall aktuell eine absolute Mehrheit haben. Und es sieht zumindest so aus, als würde auch nach der Bundestagswahl ein solches Bündnis über eine absolute Mehrheit verfügen.